Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch in deiner Lieblings-Podcast-App. So bekommst du neue Episoden gleich angezeigt und wir erreichen mehr Menschen mit unserem Podcast. Was passiert, wenn zwei Menschen miteinander ins Gespräch gehen, die ganz verschiedene Landkarten benutzen, um auf das Thema Unternehmenskultur zu schauen? Das könnt ihr euch in der heutigen Episode anhören. Und die Episode fanden wir so schön, dass wir sie auch sehr gerne hier und heute in unserem LEA-Podcast ausspielen. Du erfährst heute, warum die Kernfrage sein sollte, ob die Kultur deines Unternehmens im Weg steht oder nicht. Und du erfährst, wie man richtig gut beschreiben kann, was Kultur ist und wo man ansetzen muss, um sie zu verändern. Und besonders spannend finde ich, wie Anna und ich dann im Laufe des Gesprächs unsere Landkarten abgleichen und eine gemeinsame entwickeln. Hörst ihr an? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmbar, dem Unternehmenskultur-Podcast. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge. Es wird nämlich ein, glaube ich, sehr spannendes und abwechslungsreiches Gespräch, weil ich heute Christina Grubendorfer hier zu Gast habe. Sie ist die Gründerin von LEA und was das genau ist, ich glaube, das erzählst du uns am besten gleich selbst. Christina, erst mal hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo Anna. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns hier heute über Unternehmenskultur austauschen und unsere Perspektiven hier übereinanderlegen. Ja, LEA, ganz kurz, ist eine Organisationsberatung, gegründet 2009 und so thematisch mit den Schwerpunkten auf Führung, Kultur und Markenentwicklung. Und insgesamt geht es natürlich immer irgendwie um Veränderungsprozesse, die wir begleiten. Und die Kunden kommen eben mit den verschiedensten Problemen zu uns. Und da kommen wir ja vielleicht auch gleich noch drauf. Ja, genau. Ich finde das nämlich ganz spannend, weil wir uns beide eben sehr viel mit Unternehmenskultur beschäftigen und deswegen ganz richtig in diesem Podcast sind, aber aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Auf der einen Seite du eben in der Unternehmensberatung mit deiner langjährigen Erfahrung auch, hast ja auch schon Bücher geschrieben und so weiter. Und ich eben mehr aus dem HR-Startup raus. Wir haben ja eine Software entwickelt, um Unternehmenskultur messbar zu machen und einfach so diese Kontinuität ins Unternehmen zu bringen, um die großen Personalthemen sichtbar zu machen auch. Was mich jetzt interessiert, wo so der Fokus in deiner Arbeit liegt und was euch auch einzigartig macht auf eine Art und Weise? Na, ich denke, wir haben schon ein sehr besonderes Verständnis von Unternehmenskultur entwickelt. Und das ist natürlich auch etwas, was immer mitläuft. Also bei jedem Projekt, das wir begleiten, schauen wir natürlich auch immer, wie ist denn eigentlich die ganz besondere Kultur nun dieser Organisation? Und ist das jetzt eigentlich eine Kultur, die dieses Ziel, was die Organisation gerade hat, mit befördert? Oder steht sie im Weg? Und oft steht sie nämlich tatsächlich im Weg. Das heißt, weicher Faktor Unternehmenskultur wird ja ganz oft gesagt, aber mit sehr, sehr harten Folgen, wenn die Kultur eben tatsächlich quer dazu liegt, was man eigentlich möchte. Und wenn du jetzt sagst, was macht uns insgesamt besonders und einzigartig, dann ist es sicherlich, dass wir eine sehr gemeinsame Vision teilen oder Mission teilen, nämlich einen Beitrag zu einer Welt zu schaffen, in der wir alle sehr gerne leben und arbeiten möchten. Und das andere ist eben auch, dass wir alle sehr viel Erfahrung mitbringen. Also bei uns gibt es ja zum Beispiel keinen Junior-Berater, Beraterinnen, sondern alle haben wirklich schon sehr, sehr viel Erfahrung und haben auch in größten Teilen einen systemischen oder systemtheoretischen Background. Das ist total spannend. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil unsere Vision sehr ähnlich ist zu eurer. Und zwar sind wir auch der Meinung, dass wir viel zu viel Zeit in der Arbeit verbringen, als dass es eine schlechte Zeit ist oder man sich von Montag bis Freitag irgendwie durchquält und 9 to 5 und um Gottes Willen, wann ist endlich Wochenende? Sondern wir wollen eben auch positive Lebenszeit schaffen und das auf allen Hierarchie-Ebenen und über alle Mitarbeitenden hinweg. Ja, vielleicht direkt mal Frage zurück. Du hast ja gesagt, ihr macht Kultur messbar. Da würde ich natürlich wahnsinnig gerne mal hören, was messt ihr denn da eigentlich? Weil das ist ja immer so die Frage, was ist denn jetzt überhaupt die Kultur? Wo guckt man denn da überhaupt hin, um dann zu sagen, so ist es jetzt? Erzähl doch mal kurz. Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, Unternehmenskultur ist so leicht gar nicht zu definieren beziehungsweise gibt es ja ganz verschiedene Definitionen. Im Grunde ist es einfach das, ich würde mal sagen, was so wirklich die Realität ist, wie gearbeitet wird, wie man miteinander arbeitet. Man baut ja oft eine Marke auf und da kann man ein bisschen schön machen, sage ich mal, oder es hat dann vielleicht auch was mit Marketing zu tun, wie man es eben darstellt. Und die Kultur ist das, wie es wirklich ist, was auch bedeutet, wie es wirklich von jedem Einzelnen und jeder einzelnen Mitarbeiterin gesehen wird und wahrgenommen wird und gefühlt wird. Und diese Diskrepanz, die da auch manchmal besteht zwischen der Vorstellung im Management oder in den HR-Abteilungen, die sich wahnsinnig viel Mühe geben an tollen Entwicklungsprojekten, aber das muss halt immer auch bei jedem Einzelnen ankommen letztendlich. Und dadurch haben wir ein Umfragetool, ein Tool zur kontinuierlichen Feedback-Sammlung entwickelt und fragen da entweder ganz projektspezifisch, wenn zum Beispiel ein Unternehmen Werte neu definiert hat, wie werden die wirklich im Unternehmen gelebt? Also kommen die auch an bei den MitarbeiterInnen oder auch so ganz klassisch die Themen Führungskultur, aber auch Kommunikation zwischen den Abteilungen zum Beispiel, die Arbeit, die Zusammenarbeit im Team, auch das persönliche Aufgabengebiet, also wie fühle ich mich am Arbeitsplatz, wie komme ich mit meiner Arbeit klar, weil selbst das Bürogebäude sagt ja im Endeffekt was über die Kultur eines Unternehmens aus und auch Homeoffice und so weiter, das sind natürlich dann noch andere Themen. Ja, und auch das Engagement und sozusagen die Motivation, wie man sich mit dem, und Identifikation ist wahrscheinlich das beste Wort, wie sich die Mitarbeitenden wirklich mit dem Unternehmen und der dazugehörigen Kultur identifizieren, genauso mit der Vision und Strategie, wie das wirklich geteilt wird. Das ist ja so ein richtiger Rundumschlag, den ihr dann irgendwie scheinbar macht. Da ist ja auch die Frage, wo fängt Kultur an, wo hört sie auf? Genau. Also ich kann dir total zustimmen, so bei dem Thema und bei der Kultur, das ist dann so die harte Realität. Also das ist nämlich das, wie dann das Unternehmen wirklich funktioniert. Ich würde es auch so beschreiben. Also Kultur kann ganz, ganz schnell zum Sand im Getriebe werden, kann Blockade sein von Entscheidungen, kann zu sehr harten Konflikten führen, kann Innovation ausbremsen, kann für geringes Engagement sorgen, für endlose Diskussionen. Das heißt, es sind aus unserer Sicht die vielen, vielen verdeckten, versteckten, nirgendwo aufgeschriebenen Spielregeln der Zusammenarbeit. Und diese Spielregeln, die sind für jedes Unternehmen aus meiner Sicht so was von individuell und anders, dass ich eben tatsächlich denke, wow, das ist echt eine Herausforderung, das mit einem Tool zu messen. Aber du hast ja auch schon gesagt, ihr guckt da wahrscheinlich auch individuell hin. Aber das sind dann so, weil das sind ja so Regeln wie, ja, lehn dich hier mal besser nicht mit Vorschlägen aus dem Fenster. Oder da wirst du gleich einen Kopf kürzer gemacht. Oder wer hier mehr macht als Dienst nach Vorschrift, ist ein Streber. Oder am Ende entscheidet hier immer der Chef. Oder wer meint, hier aus der Reihe tanzen zu müssen, wird ganz schnell eingenordet. Also das sind ja alles so lustige kulturelle Regeln, die dann dazu führen, dass Leute bestimmte Dinge tun und andere eben lassen. Und warum sie auch emotional auf bestimmte Dinge reagieren. Und manchmal auch für Außenstehende völlig unnachvollziehbar stark auf bestimmte Sachen reagieren, wo man vielleicht von außen nur den Kopf schütteln würde und sich fragen würde, was ist denn da jetzt los, ja. Und dann hat man es nämlich auf jeden Fall mit der Kultur zu tun bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist einfach das Thema, dass die einzelnen Bausteine, die zur Kultur dazugehören, tendenziell ja schon überall ähnlich sind. Also wir sprechen eben über Kommunikation, wir sprechen über Führung, wir sprechen über Werte und so weiter. Aber wie sie ausgelegt werden und wie sie dann vor allem interpretiert werden müssen, das ist ja ganz individuell. Was mich jetzt interessieren würde, du hast vorher gesagt, dass die Kultur oftmals Innovationsprojekte dann auch bremst, wenn sie eben nicht konkurrent ist, wenn sie nicht übereinstimmend ist oder förderlich ist sozusagen. Wenn ihr das feststellt, kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass ein Unternehmen große Pläne hat und irgendwie sich cool weiterentwickeln will und man dann so wieder auf den Boden der Tatsachen kommen muss und sagt, ihr seid eigentlich gar nicht ready dafür. Oder kannst du da ein paar Beispiele nennen, wo du das erlebt hast und was ihr dann damit macht? Ja, genau das. Also ich habe jetzt gerade eine Organisation vor Augen, die sagt, also wir wollen, wir müssen dringend Innovationen jetzt wirklich umsetzen. Also wir haben Ideen genug. Wir müssen die jetzt in die Umsetzung bringen, weil der Markt schläft nicht und wir haben viele neue Player am Markt und wenn wir da jetzt nicht handeln, dann sind wir bald weg vom Fenster. Ja, dann haben wir vielleicht noch zwei, drei Jahre und dann müssen wir uns irgendwie eine neue Beschäftigung suchen, wenn das jetzt nicht anders wird. Und jetzt haben sie plötzlich eine Kultur, die aber wahnsinnig darauf aus ist, ganz, ganz viele Abstimmungsschleifen zu machen. Und man muss, also es gibt so eine Kultur, die heißt, alle müssen mit einbezogen werden, sonst kann man das nicht umsetzen. Und wir müssen auch uns genug Zeit nehmen, wirklich die verschiedensten Perspektiven zu hören, denn sonst können wir keine intelligente Entscheidung treffen. Und das ist ja erstmal alles, wenn man das so hört, ja, kann man ja so sehen. Aber das steht jetzt total quer im Stall. Das heißt, da kann man jetzt schon vermuten, ah, okay, deswegen fällt euch das so schwer, unter anderem diese Innovationen jetzt auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Das heißt, manche Maßnahmen funktionieren in einer bestimmten Kultur eben gut und andere funktionieren eben auch nicht, ja, oder sehr schwer. So, und dann hat man ein ernsthaftes Problem, weil, ich nehme an, da wirst du mir auch schnell zustimmen, Kultur ist jetzt nichts, was man ab morgen anders haben kann. Also man kann jetzt nicht anordnen, so, und ab morgen ist jetzt hier eine ganz andere Regel, denn uns ist es plötzlich gar nicht mehr wichtig, dass alle einbezogen werden. Ja, das machen wir jetzt ab morgen einfach mal anders. So, und das geht natürlich nicht, weil diese kulturellen Regeln sind ja A, meistens erstmal höchst unreflektiert und B, selbst wenn sie dann reflektiert werden und explizit formuliert werden und alle sagen, ja, genau, so ist es hier, dann sind sie auch ein bisschen ratlos und stehen schulterzuckend da und sagen, ja, okay, aber wie kriegen wir denn das jetzt geändert? Das heißt, Kultur ist wirklich, wenn sie denn quer liegt, ein großes Problem. Und deswegen bin ich manchmal auch versucht zu sagen, nee, das ist kein weicher Faktor, liebe Leute, das ist ein verdammt harter Faktor, denn das ist der Boden, auf dem ihr eure Stadt baut. Und den Boden, den müsst ihr nicht nur kennen, sondern den könnt ihr auch nicht mal eben wechseln. Ja, das ist ganz spannend. Das ist so ein bisschen wie die Neujahrsvorsätze, wo man sagt, okay, und ab dem 1.1. gehe ich jede Woche ins Fitnessstudio und wenn man nicht diese Gewohnheit aufbaut, dann, glaube ich, hat jeder schon erlebt, wird es halt auch nichts. Und so ist es mit Kultur auch. Es geht um Menschen und da ändert man sich halt nicht so von heute auf morgen, sondern es braucht, ja, Schritte und meistens ist es ja auch erst nach drei bis fünf Jahren messbar, ob sich wirklich was geändert hat oder was sich genau geändert hat. Und es ist dann auch ganz spannend zu sehen oder manchmal auch erschreckend zu sehen, wie wenig eigentlich übrig bleibt, wenn man mal sagt, okay, wir machen jetzt ein paar Monate Kulturwandel oder wir setzen uns damit jetzt auseinander, wir haben hier jetzt ein Projekt. Und genau deswegen setzen wir uns auch dafür ein, Kontinuität in das Thema zu bringen. Lieber kleine Schritte zu gehen, die eben nicht so wehtun oder nicht so viel Überwindung kosten, also nicht gleich ins Fitnessstudio rennen, sondern einfach mal, weiß nicht, dreimal ums Haus laufen oder so zum Anfangen und das aber kontinuierlich zu steigern und so diesen Prozess gut und nachhaltig zu entwickeln und auch alle mitzunehmen. Wie schafft ihr denn das so, alle mitzunehmen, wirklich die Mitarbeitenden mit einzubeziehen? Weil auf der einen Seite muss es natürlich von oben gelebt werden, vorgelebt werden auch, aber es darf ja nicht im Management hängen bleiben. Ja, so kann man das natürlich fragen und gleichzeitig würde ich sagen, wir schauen noch mal anders drauf auf Kultur. Also mit anders meine ich, wir glauben nicht, dass Kultur das Produkt ist von Menschen. Also wir glauben, also jetzt meine ich, Was meinst du damit? Genau, das ist jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen hart, aber es ist jetzt nicht so, dass Kultur das ist, was dabei rauskommt, wenn ein Mensch irgendwas Bestimmtes denkt oder eine bestimmte Einstellung hat. Denn ob die Einstellung eines Menschen tatsächlich Einzug erhält in ein Unternehmen, das steht nämlich auf einem ganz anderen Blatt. Also Kultur wird nicht gemacht von Leuten, sondern sie entsteht von selbst. Also quasi wie so hinterm Rücken der Mitarbeiter. Und es ist also insofern auch müßig zu sagen, so, wir arbeiten jetzt mit den Mitarbeitern und sorgen jetzt dafür, dass die sich verändern, also dass die sich anders verhalten, dass die andere Einstellungen entwickeln, anderes Mindset, andere Haltungen, was auch immer da so das Wording jetzt so ist. Denn das bringt überhaupt nichts. Denn die Kultur ist stärker. So, und die Kultur, das sind eben genau diese ganzen Regeln, die da in dem Unternehmen herrschen, die man nur über Bande anspielen kann. Also das ist so eine Metapher, die wir da sehr passend finden. Über Bande bedeutet, indem ich mir wirklich andere harte Faktoren angucke. Also zum Beispiel, wie ist eigentlich unsere Organisation gebaut? Wie findet denn Führung da statt? Wie viele Hierarchie-Ebenen haben wir? Oder welche Rollen haben wir eigentlich? Oder sind wir zentral oder dezentral aufgestellt? Wie global oder wie lokal ticken wir eigentlich? Also es sind so viele verschiedene Fragen. Und da anzusetzen, das halten wir für ganz, ganz wesentlich, um eine Chance zu haben, Kultur zu verändern. Denn, letzter Satz, Kultur ist wie so ein Schatten der Vergangenheit. Das heißt, die Kultur handele ich mir immer ein mit der Art und Weise, wie ich mein Unternehmen baue und wie ich es führe. Und es hat leider mit den Menschen, die da arbeiten, sehr viel weniger zu tun, als man immer so denkt. Und deswegen ist es auch müßig, bei den Menschen anzusetzen. Natürlich kann man auch bei den Menschen ansetzen. Und natürlich sollte man die einbeziehen bei der Frage, wo soll es denn hingehen? Aber eben nicht erwarten, dass wenn die Menschen sich ändern, dass sich dann auch die Kultur ändert. Also das wäre zumindest so unser Blick drauf. Ja, ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich jetzt ein bisschen gebraucht, um genau zu verstehen, was du meinst. Aber ich sage es einfach nochmal in meinen Worten. Du hast praktisch jetzt gemeint, und da muss ich dir wirklich gut zustimmen, dass es um die Prozesse und Strukturen und den Aufbau der Organisation geht, dass das ja wie das Muster ist oder das Spielfeld. Das ist das festgelegte Spielfeld, in dem man sich bewegt. Und eben, wie du gesagt hast, je nachdem, wie viele Hierarchie-Ebenen oder wie international man aufgestellt ist und so weiter, das ist einfach so das abgesteckte Spielfeld. Und wenn das ist klar definiert, das ist ja einfach Fakt und eben ein harter Fakt. Und deswegen können Mitarbeitende oder die Menschen gar nicht komplett außerhalb dieses Spielfelds spielen. Also wenn ich 27 Hierarchie-Ebenen habe, wird es halt schwer, irgendwie eine komplett agile Struktur aufzubauen zum Beispiel. Das schließt sich ja per se aus. Und deswegen ist euer Ansatz, eben dieses Spielfeld neu zu gestalten, um dann zu ermöglichen, dass die Menschen auch ihr Verhalten ändern. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ja, ganz genau. Ja, also ich denke schon. Ich kann da gut anschließen. Ich finde auch diese Spiele-Metapher total hilfreich. Wir benutzen die eben auch ganz oft so. Die Organisation, das Unternehmen als Spiel oder als Spielfeld, wie du es jetzt sagst, finde ich auch total schön, wo einfach nach ganz bestimmten Regeln gespielt wird. Ja, und natürlich braucht es Mitspieler, die das Spiel mitspielen. Aber ganz hart gesagt, man kann das Spiel auch mit anderen Mitspielern spielen. Die Regeln bleiben trotzdem gleich. Ja. Das ist eben das Vertragte an den Unternehmen. Und deswegen kann man auch jetzt an den Spielern total viel verändern. Und dann bleiben die Regeln wahrscheinlich trotzdem gleich. Das heißt, man muss an den Regeln ansetzen. Aber man kann eben nicht bei den kulturellen Regeln direkt ansetzen. Das Thema hatten wir ja gerade schon. Ich kann eben nicht anordnen. So, ab morgen sind wir total wertschätzend und vertrauensvoll und hören uns alle immer aufmerksam zu und nehmen uns ernst. Und so, das geht eben nicht. Das heißt, ich muss mir eher überlegen, wie muss ich meine Organisation denn so umbauen? Oder um mit dir zu sprechen, wie muss ich denn mein Spielfeld so umbauen, dass da auch nach anderen Regeln gespielt werden kann überhaupt? Genau. Ja, und das ist eben ein ganz guter Gedanke und das ist auch ein schönes Bild, das wir da geschaffen haben, das einfach einleuchtend dann ist und auch eine Herangehensweise, weil man denkt ja auch oft so, oh Gott, Hilfe, Unternehmenskultur, das ist so eben was Weiches und so vielschichtig und so komplex. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll oder wie ich da überhaupt was ändern kann. Und dann hilft es eben, sich das genauer runterzubrechen. Okay, auf welchem Feld bewegen wir uns einfach gerade und wo wollen wir was ändern oder zu welchem Output führt das Spielfeld? Also wir haben hier ein Spielfeld und welches Spiel wird dann gespielt? Und wollen wir, dass das Spiel so gespielt wird oder soll es anders gespielt werden? Ganz genau, ganz genau. Was hast denn du im Moment für einen Eindruck, wie sehr ist denn das ein Thema in den Unternehmen? Also auch, wie seid ihr da gerade unterwegs? Also das würde mich schon sehr interessieren, mit was für Fragestellungen auch da die Unternehmen auf euch zukommen im Moment? Ja, ich denke, ein ganz großes Thema, was man jetzt schon merkt, dass durch die Pandemie die UnternehmerInnen generell sensibler geworden sind für diese Themen und auf der einen Seite natürlich ja, mit der Arbeitsmarktsituation konfrontiert sind, sehr stark konfrontiert sind und die Mitarbeiterbindung einen enormen Fokus gewinnt und die häufigsten Fragen, die wir so kriegen oder wo man merkt, daran arbeiten die Unternehmen gerade, ist auf der einen Seite eben Employer Branding, also Mitarbeiter finden und binden, sage ich mal so salopp und auf der anderen Seite ganz stark dieses, wo fangen wir denn da an? Also das, was ich gerade angesprochen habe, wie reduziere ich die Komplexität von den Kulturthemen? Und da ist eben einer unserer Ansätze, dass wir mit verschiedenen Organisationsentwicklungsmodellen arbeiten, die da den Blick schärfen und ja, so priorisieren einfach dann auch die Aufgaben, die es zu lösen gibt. Wie ist das denn bei euch? Was erlebt ihr da gerade im Moment? Ja, also auch Ähnliches. Ich würde da zustimmen, also die Bereitschaft, da hinzuschauen oder auch überhaupt das erstmal zu akzeptieren, ja, es gibt sowas wie eine Kultur und die ist auch in jedem Unternehmen total anders und die kann mir helfen, die kann mich aber auch abhalten von den Dingen, die ich machen möchte. Da haben wir auch den Eindruck, dass da immer mehr hingeschaut wird, glücklicherweise finde ich, weil das so wichtig ist. Absolut, ja. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man aber eine Kulturentwicklung nicht als Selbstzweck betrachtet, sondern immer im Kontext einer anderen Anfrage oder eines anderen Anliegens, ne? Also zum Beispiel zu sagen, wir haben wirklich gerade Schmerzen im Bereich Mitarbeitermangel, ja? Wir kommen nicht an die richtigen Leute ran und das kann gut sein, dass das auch so bleibt, wenn wir nicht unsere Kultur anschauen. Also ich denke jetzt gerade an eine Organisation, die zum Beispiel mega Marketing macht und die überhaupt nicht unter Bewerbungen leidet, wo aber die Leute innerhalb der Probezeit wieder gehen, weil sie einfach merken, das ist ein ganz anderes Unternehmen als das, was ich dachte und ich bin total enttäuscht und hier will ich nicht arbeiten, ja? Und jetzt können sie natürlich entweder anfangen, das, was sie nach außen über sich sagen, anzupassen und ehrlicher zu sein, ja? Oder aber sie können auch mal anfangen, tatsächlich an ihrer Organisation zu arbeiten, sodass sie dann hoffentlich auch bald ein attraktiverer Arbeitgeber sind. Also das nur als ein Beispiel, wo ich denke, das braucht immer einen Bezug zu einem bestimmten Schmerz oder zu einem bestimmten Ziel, aber Kultur jetzt einfach so als Selbstzweck entwickeln zu wollen, das halte ich für Quatsch, weil dann weiß man überhaupt nicht, wo bitte soll ich denn jetzt hier ansetzen, weil es gibt sie nicht, die ideale Kultur, sondern ich muss sie immer in Bezug setzen zu etwas anderem. So, das ist da so unser Fokus und ja, da denke ich auch, das ist tatsächlich ein Thema der Zeit, ja? Und ich freue mich auch sehr, dass das jetzt auch gerade wieder so hoch poppt. Ja, absolut. Das finde ich jetzt sehr schön, wie du es noch gesagt hast. Da bin ich auch voll bei dir. Ich glaube, wenn es nicht diesen Schmerz gibt oder nicht dieses, warum machen wir das eigentlich, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema, dann hat man auch kein Durchhaltevermögen. Also dann geht es einfach im Tagesgeschäft schnell wieder unter und ja, wie wir vorher schon gesprochen haben, es ist ja ein Thema, das Zeit erfordert, das Geduld erfordert und eben Durchhaltevermögen und deswegen braucht es dann auch den entsprechenden Antrieb dafür. Ja, genau. Und so nice to have ist halt immer schwierig. Und es ist auch noch schwieriger, wenn man einfach in Anführungsstrichen nur das Ziel hat, ach, wir wollen irgendwie zukunftsfähiger werden. als dass man wirklich ein handfestes Problem hat, dass man loswerden will. Ja. Also es ist zumindest oft so in meiner Erfahrung, dass dann doch noch mehr Energien freigesetzt werden, ja, wenn da wirklich ein Problem ist. Ja, absolut. Ich glaube, die Kultur ist einfach eine Lösung, die in der Vergangenheit oft nicht gesehen wurde. Also ein Problemlösungstool sozusagen, die ja ein Fundament ist, wie du es vorher genannt hast schon und die immer mehr auch an Bedeutung gewinnt. Und ich glaube, das ist sehr cool und sehr spannend und macht auch unsere Arbeit in Zukunft sehr spannend. Ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, dann sind wir eh schon am Ende. Wie, wir haben jetzt gerade schon über diesen Mitarbeitermangel gesprochen. Was ist denn deiner Meinung nach eine Möglichkeit, damit die Unternehmen jetzt wirklich so ihren Sweet Spot am Arbeitsmarkt finden? Ja, das ist natürlich eine wahnsinnig herausfordernde Frage, finde ich, weil jedes Unternehmen muss da wirklich gut gucken für sich selber. Also ich bin auch überhaupt keine Freundin davon, irgendwelchen Best Practices, sondern wirklich sich mit sich selber auszukennen, sich selber auch gut beschreiben zu können. Das halte ich für wesentlich. Und dafür ist es nötig, dass man wirklich Leute dafür abstellt, sei es in einem Projekt oder so, die wirklich da beginnen zu beschreiben, wer sind wir eigentlich? Was ist unsere Identität? Was macht uns wirklich im Kern aus? Was ist unsere Herkunft? Wo gehen wir gerade hin? Ja, was haben wir vor? Und wieso ist das interessant, hier bei uns mitzumachen? Und wozu laden wir die Leute ein, bei uns dabei zu sein? Und ihnen auch wirklich ganz klar diesen Unternehmenszweck auch mitteilen zu können. Denn das ist ja wirklich auch was, was die Leute mehr und mehr einfach hören wollen und wissen wollen. Ja, warum sollte ich bei euch mitspielen bei diesem Spiel, was ihr da spielt? Ja, und nicht woanders. Und ich finde, da muss man gute, passende und vor allen Dingen ehrliche Antworten drauf finden. Also und mit ehrlich meine ich eben jenseits von irgendwelchen werblichen Botschaften. Und lieber mal Ecken und Kanten und alles, was an einem schräg ist und seltsam ist, auch mit erzählen. Weil das merken die Leute ja dann sowieso, wenn sie reinkommen. So ein Sweet Spot am Arbeitsmarkt, weiß ich gar nicht, ob es den wirklich so gibt. Für alle. Den gibt es vielleicht für einige wenige, die so sagen, wir haben wirklich da so was ganz Besonderes. Aber wie siehst du es? Also kann man für jedes Unternehmen das finden? Also so die ideale Positionierung am Arbeitsmarkt? Ich sehe es eigentlich genauso, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich bin der Meinung, dass Unternehmen den Mut aufbringen müssen, sich ganz stark zu positionieren und einfach mehr sagen, das sind wir und vor allem auch, das sind wir nicht. Und ja, auch so diese Klassiker, wie wir sind zuverlässig und Qualität ist ein Wert. Also weißt du, so diese ganzen Standardsätze irgendwie weglassen. Sondern mehr sich trauen, einfach ganz klar zu sagen, wie du gesagt hast, wo sind unsere Ecken und Kanten? Was macht uns wirklich besonders? Und wofür stehen wir heute? Wofür wollen wir stehen? Und auch da vielleicht mehr diese Authentizität reinzubringen. Ja. Ja. Und weniger dieses Standard-Marketing, bla bla. Ja, richtig. Und dieses ganz Besondere, Individuelle ist ja auf jeden Fall da. Das muss ich ja nicht erfinden. Das ist ja das Schöne dran. Sondern ich muss es nur finden. Und das dann in Worte fassen. Und vor allen Dingen in Worte, die besonders sind. Und die auch wirklich nur einmal vorkommen. Und das findet sich genau in der Unternehmenskultur. Es findet sich ganz genau in diesen ganzen Regeln, über die wir jetzt gesprochen haben. Und das ist eben, finde ich jetzt auch so, der schöne Link zwischen Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenskultur. Ja, deswegen. Es sollten sich alle auf den Weg machen, sich wirklich mit sich auszukennen und zu wissen, was habe ich da für eine Kultur? Also sprich, auf welchem Boden ist meine Stadt gebaut? Das sollten alle Unternehmen wissen, finde ich. Unbedingt. Diesem Appell und diesem Aufruf möchte ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Christina, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du, ja, deine Erfahrungen, deine Einblicke mit uns geteilt hast. Ich bin super gespannt, wie sich alles rund um die Unternehmenskultur in Zukunft noch entwickeln wird und wie ihr bei Lea euch auch weiterentwickelt. Ja, natürlich dasselbe für euch, so als Start-up. Das ist ja wirklich eine ganz spannende Phase. Also da weiterhin so viel Leidenschaft und viel Erfolg, liebe Anna. Danke dir. Danke dir.